Hey Leute, herzlich willkommen in TiktokTube. Hi, Lebe, der Halluzang. Alle mit dabei natürlich. Also, wir sind heute vollständig. Wir sind alle dabei. Moinsen. Und heute haben wir was richtig geiles vor. Wir wollen nämlich eine Rap-Challenge machen. Habt ihr sicherlich schon mal irgendwo auf TikTok oder sonst wo gesehen? Hab ich nicht. Ok, erklären wir dir gleich. Ash, du kennst das, oder? Ja. Chris, ich kenn's auch. Mama, du kennst das? Ich hab's auch schon gesehen. Ok, dann würde ich sagen, zeigen wir dir das und dann kannst du auch bewachen. Wieso weiß ich das nicht als Einziger hier? Keiner Spoiler vorweg, wir werden uns alle gleich eigentlich mehr oder weniger klatschen die ganze Zeit. Aber ist es nicht so, dass jeder Wasser in den Mund nimmt? Ja, genau, also... Was? Ja, jeder nimmt Wasser in den Mund. Das wird übel lustig. Also, ich... Also, im Großen und Ganzen, wir gehen uns gegenseitig schnell mit Raps. Ja, genau. Kurzfassung, ok, ich würde sagen, es geht direkt los. Wir haben auch Raps, ähm, hast du... Ne, warte, wir hatten heute aufgeräumt, ne? Weißt du, was wir gefunden haben? Ne. Irgendwo in unserer letzten Ecke haben wir abgelaufene Raps gefunden. Ich hoffe, ohne Schimmel. Weil die schimmeln recht schnell. Hoffe ich auch. Ich kann nicht garantieren, dass da kein Schimmel drauf ist. Ok. Das ist ja praktisch. Dann können wir ja damit das Video drehen. So, Leo, machst du mit? Machst du mit? Also, auf der untersten Scheibe ist noch kein Schimmel drauf. Na, Gott sei Dank. Hoffentlich geht das mit. So, du holst Wasser, oder? Ich hol Wasser. So. Ich hab mir in der Schule mit Freunden gespielt, wo man stellt sich deinen Kreis. Dann geb ich zum Beispiel jetzt zu Max eine Stelle, dann er irgendjemand anderem. Oder immer so weiter. Ja, ich hab dich doch gesehen. Jetzt echt? Hä? Ja. Man gibt sich einfach Backpfeifen. Das würde er von mir schon gerne machen. Warte mal, das hab sogar ich irgendwo schon mal gesehen. Ich nicht. Dass da zwei sich gegenüberstehen und der eine macht so Klatsch, der bleibt dabei stehen und der andere klatscht und der fliegt weg. Oh. Ich hab jetzt schon mal ein paar Gläser vorbereitet. Wer möchte anfangen, die erste Runde? Freimäge vor? Machen wir das nicht irgendwie alle zusammen dann? Also eine filmt und der Rest macht mit einfach. Nee, man hat zwei gegenüber, oder nicht? Echt? Achso, ja gut, dann machen wir... Also erstmal zum Beispiel Ersch und ich oder Chrissy und ich, dann du und Papa oder so. Also gegen Chrissy hab ich ein Problem. Ich glaub, Chrissy kann ich nicht schlagen. So lange lässt man das ausschlagen, außer Max. Also warte, warte. Es funktioniert so lange, bis einer von uns beiden das Wasser aus dem Mund lässt. Ja, genau. Oh, bitte. Nicht auf mein Tablet. Und wir spülen Schere schon Papier. Mhm. Der, der Schere schon Papier gewinnt, darf ihm gegenüber eine klatschen. Ja, Adrian, bitte. Du hast eben gesagt, das funktioniert so lange, bis einer das Wasser aus dem Mund lässt. Genau, muss er versuchen. Wo lässt das denn hin? Na ja, also auf dem Boden. Ja, auf dem Boden. Hm? Nee. Hallo. Ja. Ihr spürt den Wohnzimmern auf dem Boden? Ja? Ja. Leo. Ich will den Wuppen. Leo gefällt irgendwas nicht. Hast du den zu Ersch-Kumpel-Würgen? Ja, genau. Warte, ich kann nicht. Erst auf Besuch. Warte. Ich glaub, der wird gleich bellen, wenn wir uns die anderen gegenseitig schlagen. Er wird uns alle gegenseitig... Okay. Wollen wir schon mal machen? Ja, mach mal. Okay. Okay. Und nochmal los. Ich hoffe, er hat nicht allzu viel Wasser im Mund. Was soll das denn? Was soll das denn? So ist so klein. Schwerverscheid Papier. Nee, 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 nee. Jedes Mal. Hä? Das ist doch nicht so, dass... Wenn er jetzt morgens... Und dann nochmal, darf er mich jetzt hier schlagen? Ja, was soll ich denn schlagen? Ja. Das ist cool. Das ist interessant. Waffen trinken wir heute auch übrigens. Ich kann nicht mehr... Was, mit der Hand? Der Rapper ist zu klein. Oh mein Gott. Ich habe schon ein paar Schmerzen vor Lachen. Ja, das ist schon das Timeout, warte. Wir machen das weiter. Das kann ich mit unseren Stützeln machen. Sag jetzt noch einmal. Dann musst du ja nicht mal... Wie willst du da immer mitmachen? Machst du mal fünf Runden machen, okay? Ja, okay. Ey, wieso ist das Ganze so kümlich aus uns? Ich kann nicht mehr. Habt ihr kein Problem, machen wir weiter. Ich würde gerne mal mitmachen. Einmal nur noch, okay. Wir stellen auf dein Papier. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Tut das denn weh? Oh. Okay, Leute, unentschieden. Die erste Runde. Wer möchte jetzt das nächste Mal? Ey, der Richter seid der Kamp. Geht's dir gut? Ja. Also ich kann sonst mich anmelden. Machst du mit? Ja doch, Papa, Chrissy. Nein, Chrissy kann ich nicht. Ich kann Chrissy nicht schlagen. Jetzt zwei Jungs, jetzt zwei Mädels. Das ist schon top. Okay, Chrissy. Und ihr beide? Okay, fünf Runden, Chrissy und... Wo ist es? Das ist es, hier, das kannst du nehmen. Ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Es kostet volle Bewindung jetzt. Ihr könnt's ja probieren. Also mein eigenes Kinder würde ich dann ins Gesicht einfach patschen. Danke, fünf Runden. Danke. Die kannst du nehmen. Ich kann das echt. Also Chrissy versus Mama. Also, okay, wollen wir sagen, drei Runden für euch? Ja? Ja? Ja, kannst du einfach nehmen. Das wird weniger als eine Runde. Ich sag's euch. Okay, leg los. Achso, okay. Mach mal jetzt. Okay, jetzt muss Mama... Ey, komm, trau dich. Trau dich. Ich sag's dir jetzt wirklich so nicht. Was war das denn? Ey, das ist los. Okay, zweite Runde. Boah, ey. Der war auch noch ein Mal. Ja, der letzte war am fiesesten. Schon wieder ein, Chrissy, du bist echt tröst. Gib dir ein bisschen Mühe. Jetzt mach ich dich, komm. Na, Mann. Was war denn das? Zum zweiten. Okay, letzte Runde für euch beide. Chrissy, ey, go, Alter. Sie macht das schon extra. Nenn mal mal einen Fuß dran. Doch, musst du... Darf ich das machen? Also, guck mal, ich würde sagen, Papa, du musst jetzt auch auf jeden Fall mal aufziehen. Ja, ich und Papa jetzt. Das macht voll weh. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Mach keinen Ash. Nee, Ash versus Papa. Voll gemein, ich musste Chrissy dreimal. Ja, Chrissy, du bist richtig gut davon weggekommen, muss ich sagen. Nicht neue Raps nehmen. Nee, nimm die alten. Okay, Papa gegen... Wer ist jetzt aber gegen Ash? Ja, klar kann ich. Ja. Soll ich mit mir? Ja, klar kannst du gerne machen. Das kann sehr, sehr lustig sein. Das ist doch nicht weh. Nein. Wir haben Lapsing gemacht. Ja. So, jetzt... So, dann mal los, Männer. Schauen wir mal. Drei, zwei, eins und go. Komm. Stehe, schau mal Piatt, Mann. Ja, du, Papa, du hast erst eine... Aber bitte nicht so wie Mama eben, okay? Seid ihr bereit? Dann mach ich jetzt richtig. Mach ich dich. Ey, ich hätte aber nicht... So, jetzt geht... Oh, ich bin Schnucki. Oh, da geht ein bisschen was raus. Da ist verloren jetzt oder nicht? Ja, du hast kein Wasser mehr. Mach den Mund auf. Ah. Da hat nur ein bisschen was raus. Okay, ach, noch Wasser. Okay. Nee, komm, das zählt hier. Das ist jetzt mal ein neuer Tropfen. Dritte und letzte Runde, okay? Ja, okay. Letzte Runde von heute. Schnucki, du musst Wasser nehmen. Er hat wirklich noch Wasser, hab ich gerade gesehen. Ja, er hat nur ein paar Tropfen verloren. Das geht noch. Ey, euer Schere-Schein-Papier ist echt ein bisschen... Das tut weh, mit Zug anzugucken. Kannst du jetzt rengieren bei Ash? Ash macht richtig Spaß, na, weil er ruft richtig aus. War es dumm aus, Ash, oder nicht? Nee, Papa muss. Nein, so. Das ist Backpfeife. Nein. Nein, jetzt komm, mach, mach. Mach. Ich will nicht, warum ich schaue. Mmh, 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 mmh. Ey, hopp. So ey, wer möchte jetzt noch ein paar richtige Runden singen? Ja, ich möchte, ich will nur ein bisschen. Das wollen wir mal in den Auto machen. Nein, ich möchte. Ja, okay, Chrissi gegen Max. Ja, wir wollen den Auto machen. Nee, Chrissi, Chrissi und ich machen noch kurz. Drei Runden, Chrissi und ich, wir können... Aber was das nicht so doll? Okay. Chrissi und wir beide. Kann ich nicht. Okay, Chrissi, Chrissi und ich. Das kostet eine Überwindung, ne? Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. Drei Runden. Ja, ne, eine zu knallen. Aber ich muss sagen... Ich muss sagen, Ash und mir macht es damit am meisten Spaß. Ja, ich glaube auch. Also es macht auch Spaß zuzugucken. Also bei euch. Die einen voll merkst du aber auch krass. Warum ist es eigentlich so, dass es bei mir nicht nur anseilt wird? Ich nehme auch mal jetzt den Mund. Kannst du kurz gucken, ob ihr das aufgenommen habt? Okay, läuft. So, Max und Chrissi sind jetzt dran. Man muss schnell machen, Fluggi. Okay, gib ihm richtig eine. Okay, gib ihm richtig eine. Oh, darf ich die machen? Bitte, bitte. Nein, lass Chrissi. Das dritte Mal. Oh, okay. Das sah lustig. Aus. Oh je. Ja, und dann ist Schluss genau. Weil es wird zu lang. Hä? Ja. Okay, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh! Ich hab's klar. Du hast den weh, was man denn jetzt war. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Kann ich gleich gegen Ash noch mal schnell eine Runde? Oh, 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 oh. Ohohohoho. Alter, Junge, der eine von Ash, der hat mein Wort ganz kurz gepiehlt. So, okay. Zum Abschluss nochmal. Mama versus Ash. Drei Runden. Also ich würde sagen, Mama scheint auch gut dabei zu sein. Sie hat glaube ich auch vor... Das war's schon. Also es geht hier nicht. Sie will mich richtig schlagen, ne? Ja, sie hat richtig, sie will das richtig. Okay, let's go. Zeig mal, was ihr drauf habt. Still bleiben. Ja, das war der erste Vernünftige von Mama. Das muss man schon sagen. Okay, okay, okay. Ey, ihr beide, könnte man nicht das gleiche nehmen. Okay, jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du hast gerade gesagt, das machen wir nicht mehr so. Okay, das ging ganz kurz zu weit, glaube ich. Das hat richtig weh. Wasser ist weg. Du hast gewonnen, Ash. Ich muss gefreut mich wieder, Freunde. Mein Ohr brennt. Leute, ich würde sagen, bevor das Ganze jetzt hier noch es kann, ich weiß gar nicht, ist mein Gesicht eigentlich auf der Seite rot. Ich hab's ja auch richtig egal bekommen. Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt kurz einmal das Video hier. Sollen wir uns was normal machen? Schreibt's gerne in die Kommentare rein. Oh, das Ohr brennt. Servus zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Ist das Ohr noch dran? Das tut echt weh, Leute. Wow. Wow. Wow.